Jo Freunde was geht zu meinem neuen Video? Heute habe ich meine Musikbox mit einer neuen Musikbox wieder mit dabei und der ist so inner, fast wie das inner, aber der hat jetzt immer noch ein anderes Logo, hat vier solche Punkte, vier solche Punkte, eigentlich habe ich noch 15 solche, aber die habe ich noch lange gehabt und jetzt hier sieht man das Logo und ja, die Boxen, dann haben wir hier noch eine Box, hier sind insgesamt links und rechts diese Boxen und hier sind auch noch zwei, hier haben wir noch was anderes, hier haben wir den Reißverschluss, warte, 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 hier sieht man es ja, USB und das, wenn man das hier so eindrückt, dann sieht man das USB, hier kann man das, warte mal, habt ihr das gerade gesehen? Da, das ist das Ladekabel, um das Ding aufzuladen. Ja, man hat so 21 bis 162 Euro gekostet, also mein Kumpel hat viele Boxen bekommen, 300 Euro noch was, weiß ich jetzt nicht, aber gut ist, hat gute Qualität und jetzt wollen wir mal gucken, was für eine Qualität das überhaupt hat. Dann habe ich jetzt schon mal was rausgesucht, für YouTube, also habe ich jetzt mal noch was rausgesucht, ich mache mal kurz was eingeben, mal gucken was. So, ja, wie hätte Autos Musik angegeben, Autos Musik, hier das ist geil, ja, das ist hier Musik Auto, das gucken wir mal später an, aber das ist das Lieblingsspiel, jetzt geht für mich, jetzt gehen wir mal das mal ein, so, jetzt gehe ich mal kurz, ich habe mal kurz in den, erst mal, die muss ich anboxen anmachen und wir einfach gucken. Jetzt gehe ich mal was runter, hast du hier verbunden jetzt? So, jetzt zeige ich euch, dass das verbunden ist, für kurz das schnell zeigen, da, ist verbunden, da ist verbunden, da ist verbunden, jetzt gebe ich mal ein Lied ein, ob es das guckt, ob es laut ist oder leise ist, das ist jetzt mal laut, aber ich will nicht laut machen, leise machen, so, weil ich will nicht wissen, wie laut das wirklich ist. Ich bin lustig, hat hier was? Ich bin lustig, hat hier was? Cool. Was? Oh! Boah! Was? Du schiffst! Guck! Oh! Oh! Fiffst! Du schiffst! Du schiffst! Du schiffst! Du schiffst! Das ist kurz mal einigen. Das war's für heute. Was essen wir heute? Lieferhandel? Die Qualität! Like und Abonne nicht vergessen und das war das Video, wenn euch das Video gefallen hat, Like und Abonne nicht vergessen, diesen Link findet ihr in der Videobeschreibung hier unten drunter und viel Spass und tschau.